Mission complete! Auch wenn ich da einen relativ starken Coup gegen mich habe. Der ist aber weit weniger nervig als Drake. I still don't get it. Eh? What's that girl? Well, it takes a massive amount of energy to produce a viable clone. How could Black Hole get access to that much power? Rachel and Jess were just saying the same thing. If clones eat up that much energy, that makes them hungrier than me, huh? Ash? Do you know anything about it? Huh? Oh yeah, totally. Make one or two clones is way easy. It takes about as much energy as all the cities of Orange Star use in a month. Not all that much, really. I hear there's a clone at the Twin Crown Volcanoes. Oh, it's gonna be fun. I wonder which clone will show up next. Maybe it'll be a clone of you right down the plane phase. Hey, that was mean. I don't think we could ever be friends. Boah there, that's a double helping of Volcanoes. At least they're not active. Be careful, Sensei, something's not right here. That thing erupted. These Volcanoes have been blessed with Black Hole's most advanced technology. Like a hungry snake emerging from its den, these falling rocks will strike mercylessly. In just 18 days, this land will be reduced to not bad ashes. Boah. Think you're tough, shorty? I'll smash your head like a melon. Leave it to a simple attempt to use his hands instead of his brain. Arise, my clone. Help me sacrifice these fools to the purifying flames. By your command. D-Dead? No! There's our answer. We must face Commander Kanbai. You... You have amassed quite a stable of coals. And now their skills are turned against you. The hunter has become the hunted. Send the... Send in the clone. By your command. Ah, it just... It just looks like our emperor. I can't see as well as I used to, so it... Looks just like him, huh? It'll be fighting Kanbai himself, those dogs. I'll bust their traps. Huh. That's nothing. I've been whipping Kanbai since he was at a pub and I can't do it again. If they rigged this Volcano to blow, there's gotta be a way to stop it. Hm. Looks like this mission involves two fronts in both screens. The CPU usually commands the secondary front. But... I bet you want more control. If you want to take over, open the menu with Intel and turn Autocore off. You can turn Autocore on... On or off for any time. So use it wisely. Yeah. Das machen wir auch gleich mal aus, weil ich möchte die Front da oben selbst steuern. Zu meinem Setup. Ich werde hier eine nicht taggende Kombination benutzen, denn... ... 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 Nee, ich brauche hier nicht Grid. Ich brauche Xavier an der zweiten. Für Rachel. Was braucht man denn hier für Skills? Indirect. Der Sharpshooter ist hier gar nicht mal so schlecht. Glück kann man immer brauchen. Und Direct Attack. Teamwork. Ich glaube, das passt eigentlich so. Ja, ich denke, das passt so. Na dann. Das war's schon. Wir müssen nicht einstellen. Wir haben keinen Moment zu verbrauchen. Lass uns diese Leute runternehmen. Ho, Sir, Clone of Sir Kanbai. Ich versuche Ihren Honour zu dem, äh, Field of Honour. So, zum allererst mal, äh, gilt es, diese Com-Towers hier zu besetzen. Und der Grund, warum ich Rachel für diese Mission genommen habe, ist eigentlich genauso simpel wie offensichtlich. Ähm, ich brauche ihre Super-Core-Power hier. Grit wäre auch eine gute Wahl gewesen, weil seine Fernwaffen einfach ziemlich alles wegownen, was, äh, irgendwie, ja, rumsteht. Also, alles. So, ich brauche hier erstmal ein bisschen Kontrolle. In der Mitte muss ich sowieso nicht wirklich was machen. Ich kann optional die vier Städte in der Mitte besetzen, damit der Vulkan auf der zweiten Front nicht mehr ausbricht. Allerdings, naja. Ich glaube, es ist sogar die Siegesbedingung, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja. Ich kann hier natürlich auch wieder ein paar Einheiten nach oben schicken. Ich bin am überlegen, ob ich's tun soll. Und wenn ja, welche? Nachdem ich hier unten keine Flieger hat, hätte ich sowieso mal gesagt... Ich glaube, ich schicke ihnen einfach mal alles nach oben. Außer meine beiden Copter. Die Copter kann ich hier nämlich noch sehr gut brauchen. So, was ich mit der Mechanitur weiß ich noch nicht genau, ähm, auf jeden Fall. Wie enden wir das Ganze jetzt erstmal? So, gibt natürlich auch einen Grund, warum ich das Ganze hier mit Xavier spiele. Weil Xavier, wenn er ein paar Türme hat, das beste Matchup gegen Kanbei ist. So, vor allem brauche ich die Com-Towers hier. Sehr, sehr dringend. Wenn Xavier mal drei Türme hat, dann ist er nämlich mit seinen Stats sogar Kanbei voraus. Mit zwei Türmen ist er Kanbei ebenbürtig. So, jetzt bricht hier wieder der Aquavulkaner. Wir kennen das Spielchen aus, der Bronze Wars 2. Bevor ich irgendwas mache, setze ich hier die Com-Tower. Nach außen schießen ist meiner Meinung nach ein bisschen wichtiger als nach innen. So. Ich glaube, hier erwische ich so ziemlich das Wichtigste von seiner Armee. Okay. Okay. Einmal eine Artillerie-Einheit abschießen, bitte, Rachel. Hat der da in der Mitte eigentlich irgendwelche Anti-Einheiten? Ich sehe zumindest keine. Könnte ich da so mit dem Level-Copter ein bisschen aufräumen, sobald ich... ...dennötige Sachen dafür habe. Zumindest sobald ich einen Großteil aufgeräumt habe, damit der mir die mit seinen Panzern nicht kaputt schießt. So, nachdem ich in meiner Hauptbasis ja keine Basen habe, kann ich auch nichts einkaufen. Das battlefield-Volcano ist kontrolliert von der Secondary Front und vice-versa. To stop the eruptions, those fool would have to capture all of the four cities that ring the opposite volcano. And I know where the lava lands, so I won't get hit. Feeble-minded imbe-imbe-imbe-sans. Aber immer das Wort auch was er macht das Wort auch heißen mag. Where will you hide, when you've been fiery death rains down upon thee? So... So, allererstes mal hier capturen und jetzt diese Einheit wird... ...und jetzt diese Einheit wird... Anti-Air umrunden. Nächste Runde habe ich dann alle Com-Tower. Dann ist ein Schicklein Xavier glücklich. Jetzt trotzdem ein harter Kampf da oben. Dann schließlich, äh... Ups. Verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich die Einheit da ausladen. So... Im Mega-Tank will ich am meisten damagen. Immer die stärksten Einheiten zuerst. Und ich habe natürlich wieder was vergessen. den sollte man natürlich vorher einnehmen, bevor man los schießt. Ah... Blink, jetzt haben wir da schon mal eine Co-Power. Ich brauche allerdings eine Super Co-Power. So... Wir räumen die da drin schon mal ein bisschen auf. Warte mal, komm ich da hin? Nö... Wäre auch zu schön gewesen. Ich will nur die Infanterien-Alterungen schützen. Da kommt die Super Co-Power. Warte mal, komm ich da hin? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war leider noch fast Warte immerhin Da regnet es wieder Feuer Hm Er hat gerade Samurai Spirit aktiv Also ich kann nur Samurai Spirit seine Kopfe nicht mal mehr mit Missiles one-hitten Aber ich kann sie weit genug beschädigen Er hat außerdem gerade einen doppelten Counter-Attack Das heißt sogar seine Flieger werden sogar noch relativ viel Schaden an meinen Anti-Air-Einheiten machen Ja Ich weiß nicht mal, ob das eine gute Idee wäre Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal ein bisschen ruhen hier Aber ich glaube, das werde ich machen Ach, wenn ich da jetzt wahrscheinlich drei Schaden oder doch nur zwei Das wird wahrscheinlich auch keine gute Artige Idee sein Ich werde die nächste Runde einfach mal eine Super-Core-Power in die Ohren hauen Okay Also Also Ich werde die Runde Laktion Also picks clutch Okay, das ist gut. Der hat die ja richtig schön platziert, da oben. Ein Neotank. Habe ich jetzt gerade lieber. Die Neotanks sind auch da ziemlich die Besten. Hm, ich bin am überlegen, ob ich den mit den Mechernheiten dann auch im Tod kriege. Aber ich glaube, nachdem der jetzt sowieso schon wieder so schön runter auf 6 HP ist, sollte das schon kein großes Problem mehr sein. Ich weiß, ich wirke von dem Spiel ein bisschen wortkark. Aber das liegt einfach daran, dass ich die ganze Zeit nur noch am überlegen bin, wo ich was machen soll. Das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn man ein so großes Schlachtfeld wie dieses hier hat. Da muss jeder Schritt genau überlegt sein. Dann beginnt selbstmord. Dann beginnt selbstmord. Dann beginnt der Spiel wieder, kann sich mit meiner Mecheinheit anlegen. So, weil man kann mir mal zeigen, wie eine richtige Super Core Power aussieht, ne? Zum Beispiel, wenn ich mich nicht nur noch so schnell verabschieden konnte. Dann beginnt der Spiel noch einmal. Und jetzt ist die Zeit für was ich gerade gesagt habe. Und jetzt muss ich jetzt mal schauen, dass ich diesen Meotank hier so weit wie möglich kaputt kriege. Das ist gerade mein größter Gegner. Das ist scheißegal, was ich hier jetzt angreife. Ich bin jetzt krass wie so unverwundbar und das muss ich jetzt noch ausnutzen. 6 HP ist wieder schon lange nicht mehr so gefährlich aus wie vorher. JVs Super Core Power mit drei Türmen ist einfach so krank. 12 Millionen Euro. Was ist das? Ich bin jetzt genau. Wir können jetzt, was ich loswerden. Das ist schon mal. Ich bin jetzt zum Spiel. Wir sind jetzt ein Haftverkant. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon mal. Bis zum nächsten Mal. 2